Hallo, ich bin's Luise und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Das Thema des Videos ist das epische Theater. Bertolt Brecht erneuerte das klassische aristotelische Drama und erprobte diese neue Form auch auf der Bühne. Nach dem Video werdet ihr wissen, was man unter einem epischen Theater versteht, worin die Neuerungen bestanden und was die entscheidenden Unterschiede zwischen dem dramatischen und epischen Theater sind. Ihr solltet schon wissen, wer Bertolt Brecht ist. Das epische Theater ist eine besondere Neuerung des 20. Jahrhunderts. Es steht für eine besondere Form des modernen Dramas, die ich euch in diesem Video erläutern werde. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com auf www.sofatutor.com Vielen Dank.